Ist ja deprimierend, da so ein leeres, leere Reserve zu sehen, ey. Hast du jetzt was Schönes gebracht, oder nicht? Oh, Gott sei Dank, ey. Kohle hat er gebracht, Kohle. Kann ich hier so ein sechster Schiff in dem bauen? So ein Sixpack. So ein Meer durch Frachtdepot. Aha. Reservierter Andock-Bereich. Und hier sagst du Lächse. So. Dann lass mal gucken. Wir wollen das Sprudelwasser da installieren. Auf jeden Fall Flüssigkeitsmodul für Sprudelwasser. Ja, 280 ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Du bist jetzt 180. 120. Wasser. 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 was haben wir denn noch gefunden wir haben gefunden quats stufe 2 muss das stufe 2 sein oder etwas aber ich kann nicht so noch nicht pushen mache ich einfach ich weiß nicht wo die zeile herkommen sollen aber sag mir doch mal was so hannes pulver oder herz ich vermute mal schick gute was ist das jetzt schön dass du mir das zeigst oder auch nicht auch an hm So, da müssen wir langsam bremsen. So, da müssen wir langsam bremsen. Die nächste läuft ja schon da. So, das wird natürlich eine Weile dauern. Weile. Zeigt mir kein Uran. Produkte. Ja. Schwefel, Schlacke. Zeigleinstes Kupfererz. Rotes. Rote Karre. Keine Ahnung, wie es aussieht durch das Uranzeug. Da kann ich modulmäßig dann auch nichts vorbereiten. Ich habe keinen Schimmer. Ob das Pulver ist, ob das Erz ist, aber dann wäre es auf jeden Fall schön gut. Ne? Ah, Tank. Halt, andersrum. Ach, da lang geht nicht. Dann ist ja Quatsch, dann kann man ja auch gleich hier andocken. Hier andocken. Der Kupfererz, der Kupfererz. Nein, das ist gut, was da? Nein. Nein, das ist gut, was da? Wasser. Das wird doch gut, oder nicht? Das wird doch gut. Das ist gut, was da? Oder hole ich dich komplett mit Wasser? Das kann ich natürlich auch machen. Ja, das ist noch über. Ach so. 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 470 ist also 40 mindestens ja da sind wir also wirklich noch sehr schmachbrustig uranbergwerk erstmal mit komischem quatsch schiff mit kampfettung 470 quatsch quatschbergwerk das ist natürlich gut das ist natürlich schön hier mit hier mit dran fracht depot module so wenn ich denn so will ich das jetzt weg machen so die sonne wieder hin aber ich will ja zwei rüber rutschen so da kommt ja nur quatsch dazu mal schauen wir um den platz ich habe ja keine 10.000 kilometer platz hier so so kohle und holz ja ja so 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 jetzt kommt das extra hin so 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 so